Temtason ist ja genauso gekoilt, ich schätze es aber nicht blöd, weiß genau was abgeht und da kommt einmal eine wunderschöne Grand Entrance, die Supermigga Deathwalker macht sehr viel Schaden, SG wird abgeholt und Hannover war sehr geduldig, die haben gelauert und sie kriegen auch endlich den Triple Kill hier einmal raus. Ja und da ist die nächste Therapiem Ult, die hier schon mal zwei Leute trifft, auch ein schöner Snare hier hinterher und wehen sich da schon drin, Keule mit der Ult wird der Tank hier genug, der Damage kommt natürlich von Clown7 mit dem Reset, Get Excited, Temtason Gönnt sich was, der will auch kill, wir haben es vorhin gesagt, ist auch in Ordnung, Clown7 hier aber mindestens mit dem Double Kill, das ist der dritte Aachener, der hier fällt und es könnte auch schon das erste Ace-Man, Relative hier mit einem aggressiven Play, dreht sich nochmal um, Flash drauf und Clown7 kann hier unter Einsatz beitragen, das knapp fällt ja auch Shades, mich in der Nähe war knapp, aber komm nicht ganz dran, Relative in eine ungünstige Position hier, wollte alles nochmal geben und das war glaube ich der All-In-Move von Aachen in dieser Situation, sie verlieren drei, bevor der Baron-Fight so richtig entstehen kann, denn Baron ist schon gegangen, Hannover hat ihn hier eingesammelt, Keule dived hier SG nochmal weg, oh mein Gott, Sharky hat Fockt, weil mit Sharky kannst du rechnen wie mit dem Taschenrechner und der geht da ran, oh mein Gott, er kriegt zwar nicht ganz hin, aber von allem holt man sich hier den Drachen, der Knock-Up sitzt von SG, aber der Fight ist mehr oder weniger vorbei, SG hier auch nochmal mit der letzten Stunde da, Van ist da ganz weit vorne und Yuka wird sowas von der Laie leitet, der hat überhaupt keinen Spaß, Tim Taysen kriegt einen Autotech und muss sich sofort wieder wegmachen, Apropos wegmachen, Sharky kriegt die E ins Gesicht. Ich bin gespannt, dass das in dieser Situation, Hannover bricht diesen Baron hier erstmal ab, Shade ist aber da und man ist ja durch eine Überzahl der Fronten-Set reingeflogen, bringt jemand mit, macht viel Damage auf alle, ist aber auch tot, bevor er tatsächlich reagieren kann, beziehungsweise bevor sein Team die Möglichkeit hat, da zu follow und clown sieben, flasht hier um sein Leben, Keuleflash rein, okay, wird auch, oh mein, komplett gelöscht von Relative Blitzman checks aus der anderen Kill, geht an den anderen Carry, was ist hier los, Sharky so viel Damage mit den Raketen, aber es wird keinen Unterschied machen, selbst wenn Shades hier noch bad, SG ist einfach wieder da. Wir sehen gerade den TP von Sharky und Sharky, die hat richtig Bock, weil Sharky, der kommt nicht aus der West-Seite, der kommt aus der Stein-Seite, wunderschön, da kommt es den Core nochmal her, Jardini, der Deep, der wurde abgefangen, da hinten ist nochmal die Gwen und die macht richtig viel Schaden, Yuka ist da, Shades, Last Man geht hier rein, hilft er nicht, er weiß nicht, was er machen soll, er geht auf jeden Fall, da kommt die Needlework der hinten von dem Yuka und der schnippelt sich durch, jetzt hat Shades doch seinen Mut gefunden, wieder rein zu gehen, Shades ist da, Relative im 1 gegen 2, gegen den Stein und den Supporter, der Tornado trifft aber sowas von. Das Versprechen muss eingehalten werden, während das in der nächste Teamfight wieder ansteht, Leute, hört doch mal wieder auf, Keule ist da sehr weit von, da kommt dann jetzt noch Shades auf die Backline, aber Tim Chasen holt dann Arncore raus, aber ich weiß nicht, wo sie hin ist, ich glaube, Relative hat sie einfach gewinnen wollen, es ist doch einfach geistestrank, Shades ist jetzt wieder am Drachen, der Drachen resettet bei 1400, bei 1300, 1000 AP, den Drachen holt sich, Aachen, die Seele, die champ dich Seele, die so kritisiert wird, hat die Aachener. Keule hat überlebt und kriegt den Kill, ich glaube, ich habe alles einfach gejinxt, was in diesem Fall passiert könnte, Keule geht jetzt hier aber nochmal rein, mit dem Shadowsong von Chucky, der findet ihr was mit, da kommt der Reset, der Slow, kriegt den Kill, kriegt nochmal einen Schucky! Drachen fällt hier einfach viel zu schnell, Clown 7, so viel DPS, Flash von Keule und ich glaube, Hannover will den Sack jetzt zu machen, Shades ultet hier nochmal raus und die High Gold ist zur Stelle, der Reset ist da, aber Temdace hat nicht genug Zeit, die Leute hier von seiner Liste zu streichen, da kommt nochmal ein Package, das macht sehr viel Schaden, Relative hier vielleicht, mit dem Game Changer, aber nein, obwohl hier sehr, sehr viel Damage rauskommt. Will Hannover jedes Game an sich reißen oder sagen sie Aachen holt euren Vorsprung bitte aus? Das ist die Frage, Shades ist so low, Shades ist so low, Keule holt sich den Drachen, Clown 7 holt ihn auch und da ist der Kataklysm und wir werden geredet haben, Warta, ein Jäger und Keule geht weiter, Giardini ist der Nächste auf der Liste. Es ist sehr viel Druck, Hannover geht hier natürlich so ein bisschen als die Favoriten rein, Keule da sehr weit vorne, Tim Chayzen kriegt hier einmal was an, aber da kommt der Engage, schreit, man konnte Keule seinen Engage verhindern, aber der ist der Kataklysm, Giardini flasht hier einmal raus, während das in der Backline Relative ist, in der Backline sind hier die Kollegen Shades und Relatives, die versuchen hier einfach drauf zu prügeln auf die Hannoverane, Keule kriegt hier einmal Shades, Keule ist tatsächlich jetzt hier in seinem Guardian Angel und Chucky ist überhaupt nicht da gewesen, der hat sich einfach wegtepeat. Da sind zurückgekommen, da kommt der Erste, der mit Schreit, Sam Taysen, bringt hier nochmal ein Stunüber Platz, auch sofort kann nichts machen, Chucky die Person ist wieder hab, Chucky bitte, Flash Pass in the Space, irgendwas, Call of the Portschrout, hinter den Nexus und es ist Aachen zum ersten Mal im Finale, Aachen gegen Bremen und wir werden definitiv einen neuen Uniligameister küren beim Finale Anfang März. Musik 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 Vielen Dank.